Hallo, Herzlich Willkommen. Let's open with a word of prayer. Lasst uns mit einem Gebet beginnen. Holy God, we want to thank you for your goodness and your mercy towards us. Heiliger Gott, wir möchten dir für deine Güte und Gnade uns gegenüber danken. Wenn wir nun in dem Studium versuchen, dich besser zu verstehen. Versuchen, unser Werk besser zu verstehen oder unsere Arbeit. Möge jeder von uns bereit sein und offen sein, der Wahrheit zu folgen. Und nicht auf unsere oder andere, auf die Schwachheit anderer zu schauen. Aber mögen wir fortan und weiterhin nach der Wahrheit suchen. Denn du hast versprochen, dass die Wahrheit uns frei macht. Frei von Bondage. In Jesu Namen. Amen. Wenn ich präsentiere, dann ist es oft so, dass Leute sich beschweren. Und Leute denken, dass ich Sachen aus einem bestimmten Grund tue. Und das erwähne ich jetzt nicht, weil ich mich beschwere oder... Aber ich denke, das ist ein natürlicher Teil unserer Menschheit. Wir mögen dies, das schnelle Gehirn oder das langsame Gehirn. Wir könnten es auch Emotionalismus nennen. In unserer Kreation, wir sind eigentlich Emotional-Machines. Wir sind nicht logische Maschines. Go ahead. Also wir sind keine Maschinen. Und wenn wir miteinander kommunizieren... Da neigen wir dazu, die Information mit unseren Emotionen oder auch eben mit unseren niederen Gedanken zu filtern. I don't think there's anything we can do about that. Und ich glaube, wir können dagegen nichts tun. So those simple basic studies that we did back in 2016... So sind die Studien, die wir im Jahr 2016 getrachtet haben... ...that would say something, but we're gonna pick a one-liner that would say the following. So könnten wir die Studien mit quasi einem Satz zusammenfassen. Maybe someone here could finish the statement. Vielleicht kann jemand hier die Aussage vervollständigen. The will. Der Wille. Can anybody finish that? Can we do the power? A little bit more? Governing power of the body. Okay, so the will is the governing power... Der Wille ist also die regierende Macht oder Kraft... ...in the body or in the human being. It's what governs us. Im Körper oder eben im menschlichen Wesen. Und das ist das, was uns regiert. It has ultimate control. Es hat bis jetzt die Kontrolle. So I don't know what we all think about that statement. It's a spiritual policy quote. Ich weiß nicht, was wir alle über diese Aussage denken. Es kommt von einem Geister-Weissagung-Zitat. Und ich versuche jetzt acht Jahre später nicht zu sagen, dass dies falsch ist. Aber ich denke, es ist nicht so gerade heraus, wie die meisten denken, dass das ist. Und ich hoffe, dass über die letzten acht Jahre, wie du den Menschen analysiert hast, Und das ist auch etwas, was ihr lange vor 2016 gewusst habt. Dass wir durch unsere Gefühle oder unsere Emotionen geführt werden. Und wenn irgendjemand hier von uns den Kapitalismus oder... Den Aktienmarkt, die Börse verstehen. Sie sind keine synonymen Begriffe, aber sie sind miteinander verbunden. Wovon wird der Finanzmarkt geführt? So they're driven by two emotions. Sie werden von zwei Emotionen angeführt. Fear and greed. Angst und so, ähm, fear. And in English, we call fear a bear market. Und im Englischen nennen wir die Angst einen bear market. And in Greek is driven by, or someone else will, a bull market. So we have the bear market and bull market. Und, ähm, ähm, die Gier nennen wir den Bullenmarkt. Also den Bärenmarkt. Und so wird also die Angst und die Gier mit, ähm, Tieren beschrieben. So, ähm, I'm gonna ask the group here, does anybody know what FOMO is? Ich frage jetzt hier die, ähm, Gruppe. Weiß jemand von euch, was FOMO ist? So FOMO is an acronym, it's just a short way of saying something, which doesn't translate very well. I understand that. FOMO ist ein acronym, also es steht für etwas anderes. So we're just gonna describe it, the description. So most people know what FOMO is. Die meisten hier wissen es, wissen es hier, wir werden es beschreiben. So, I've just been told that it's fear of missing out. F-O-M-O, that's why I didn't write it down, because it's, it's already works in English. It means fear of missing out. FOMO steht für fear of missing out. Also jeder Buchstabe steht für ein Wort. Auf Deutsch bedeutet es Angst, etwas zu verpassen. Und das ist das, was am Aktienmarkt, das ist was, ähm, ja, wovon es getrieben wird. Und so ist es sehr einfach, dass wir manipuliert werden. So, running a meeting like this, where we have over a hundred people. Wenn wir jetzt dieses Meeting haben, wo über hundert Personen teilnehmen. Sometimes it becomes difficult to manage the interactions. Dann ist es manchmal schwierig hier, diese Interaktionen zu leiten. So I want to give everybody here in the group in person, the hearing person. So möchte ich jedem hier, der in Person anwesend ist, die Möglichkeit geben. An opportunity to explain themselves or give their case that I didn't give them a fair hearing at the first presentation. Möchte ich jedem hier die Möglichkeit geben, seinen Standpunkt äußern zu können. Vor allem denjenigen, denen ich in der ersten Präsentation nicht die Möglichkeit gegeben habe. Möchte jemand die Aufnahme von letztem Mal sozusagen berichtigen? We don't have to, I don't mind that. Just give everyone an opportunity. Wir müssen nicht, aber ich möchte euch hiermit die Möglichkeit geben. So someone asked, what do I mean? Jemand fragt, ja, was meinst du denn? In Germany, last month. Letzten Monat in Deutschland. I asked a question about, someone had asked me a question about how we choose leaders. Wurde mir die Frage gestellt, wie wir denn die Führungskräfte aussuchen? I brought the subject up in the meeting and I, I'm going to say I developed it and asked a question about democracy. Und dann habe ich die Frage in der, in the meeting dann entwickelt und es kam die Frage über die Demokratie auf. Dann habe ich alle wählen lassen. Und sie sagten, sie haben nicht verstanden, was sie für wählen waren, also ich erklärte und sie gab ihnen eine zweite Chance. Dann haben alle gefragt, na, wofür wähle ich denn hier? Und dann habe ich mich erklärt und habe eine zweite Wahlrunde gemacht. Und an diesem Punkt habe ich gesagt, wenn du jetzt deine Hand nicht hebst, dann bist du automatisch auf der anderen Seite oder der anderen Seite. In Deutschland waren es etwa 50 Personen und etwa 60% davon haben folgendes gesagt. Sie haben gesagt, sie möchten zu einem demokratischen Modell übergehen, bedeutet, dass sie wählen möchten. Und zusätzlich möchten sie, dass die Führungskräfte nicht permanent die gleichen sind. Und ich dachte, ich bin deutlich, dass eine Person nicht permanent in einer Führungsposition ist. Und ich dachte, ich bin deutlich. Und nach dem Camp Meeting hat jemand gesagt, ich hätte sie manipuliert. So, that's why I'm asking the question now. If I had said something or I portrayed it in a way that you don't think was fair, we should just clarify the truth. Wenn jemand denkt, dass ich etwas falsch dargestellt habe, dann ist jetzt die Möglichkeit, das zu berichtigen. I'm not sexist. Okay, so, at the first meeting. Beim ersten Treffen. Ich weiß, dass nicht alle von euch sie kennen, aber ihr werdet sie kennen im Oktober. Marilyn hat etwas über die Organisation gesagt. Und einige hier im Meeting haben es als sexistisch angesehen. Und ich habe es recht flapsig gesagt, dass Leute hier in dem Raum, ja, denken, das war sexistisch, deine Aussage. Und ich habe Marilyn nicht die Gelegenheit gegeben, dass sie darauf Bezug nimmt, sondern... So, Marilyn wants us all to know, that she's not sexist. ...weiter gegangen. Und somit, Marilyn möchte, dass wir wissen, dass sie nicht sexistisch ist. So, are we all happy to leave it there? Sind wir okay damit, dass wir es damit belassen? So, a few people have said yes. Wenige haben hier jetzt gesagt, ja. So, Marilyn möchte sich jetzt nun erklären. I can't explain it. She wants me to explain it. I'm betraying all your words paraphrased. So, Marilyn wants to explain the context of what she meant or what she believes. Marilyn möchte jetzt den Kontext erklären, was sie meinte oder was sie glaubt. So, can someone remind us what the topic was? Kann jemand sich erinnern an das Thema, worüber wir gesprochen haben? So, we were discussing about leadership and how people are selected for leadership. Wir haben über die Führungsposition gesprochen und wie jemand dafür ausgewählt wird. And that actually led into a particular topic that you've borne auf. It involved a female... So, I came up with a hypothetical example of a female leader who was appointed to a leadership position. And she wasn't doing her job well. Or maybe she wasn't even doing her job. Ich habe eine hypothetische Situation aufgestellt, wo eine weibliche Führungskraft ihren Job nicht gut macht. So, the question was, do we fire people who don't do their job well? Dann kam die Frage auf, werden wir Leute feuern, wenn sie ihren Job nicht gut vollbringen? Und ich habe... So, Marilyn's response to that question was that in the corporate world there are requirements for being given the job. Und Marilyn hat dann die Arbeitswelt aufgebracht, dass es da Grundlagen gibt, um einen Job zu vollbringen. So, Marilyn hat gesagt, dass wenn die Person den Job der Liederschaft gegeben hat, dann haben sie ja schon diese Kriterien erfüllt. Wenn jemand diese Führungsposition übergeben wird, dann haben sie ja schon diese Kriterien erfüllt. So, Marilyn sagt, dass sie nicht geführt werden sollten, wenn sie die Führungsposition übergeben haben. So, die Leute nicht treffen, oder sie es gut sind. So, ich habe eine Weibliche Führungspositionen, weil sie nicht gut sind. So, es ist eine W Всем-Wöchne, es wird die Tränen erfüllt. Es wird Antwort, dass du, was ihr Juden-System ist. Also du hast gerade erklärt, was deine Glaubenssätze sind? Also Marilyn sagt, sie ist nicht sexistisch, weil sie die gleichen Regeln auf Mann als auf Frau anwendet. Also sie hat eine geschlechtsneutrale Sichtweise. Okay, so sie hat sich also hier erklärt. Ich kann also nur die Person hier fragen. Stimmt ihr damit überein? Heb die Hand, wenn du mit dieser Herangehensweise übereinstimmst. Wir werden gleich rausfinden, wer alles mitstimmt, aber sehr wenige haben die Hand gehoben. Sehr wenige. Die meisten hier wollen nicht teilhaben. Was ich daran so interessant finde, zwischen Freitag und jetzt gab es sehr viel Diskussion hier bei unserem Camp Meeting und zwar über die Teilnahme am politischen Also über die Organisation in der Bewegung. Wenn ich jetzt so eine politische Frage stelle, da verstehen die Leute entweder nicht, worüber ich hier spreche oder sie verstehen die Politik nicht oder es interessiert sie nicht, teilzuhören. Und das ganze Wochenende wurde hier darüber gesprochen, dass es wichtig ist, teilzuhören. Und wenn ich jetzt hier die Leute frage, eine ganz einfache Abstimmung, möchten die Leute nicht teilhaben. Und jetzt sagen sie, warum sie nicht teilhaben wollen, ist, weil sie meine Bedingungen nicht mögen. Aber so ist es, dass man auf einer gewissen Bedingungen teilhaben muss oder teilhaben muss, teilnimmt. So, separate to that rant, I'm going to stop it there. Ich belasse es hierbei. Going back to my question, Do we agree with that position? Zurück zu meiner Frage. Stimmen wir mit dieser Ansicht überein? I don't know the name of the court case. Ich weiß jetzt nicht, wie dieser Gerichtswahl heizt. Ich erinnere mich, wie ich mich nicht erinnere. But there was a recent court decision, the Supreme Court in the United States that dealt with this very issue. Aber es gab vor kurzem einen Gerichtswahl im obersten Gerichtshof in den USA, der genau über diese Thematik handelte. If you don't know the name, tell me what the subject was. Or if you know the name, that's good. Wenn ihr den Namen nicht wisst, dann erklärt mir, um was es ging. Wenn ihr den Namen wisst, dann, ja, super. Any thoughts? Gedanken? Kleiner Hinweis, es ging um Auswahlprozesse. Hast du genug Hinweis? Es ging nicht um Colorado. Es war noch zuvor. Es ging um den Auswahlprozess für Studenten, wenn sie eine höhere Bildung anstreben. Und es gab da einen Begriff, den zumindest einige benutzt haben. Und zwar sollte man farbenblind sein. Also wenn die Leute an den Top-Universitäten, an den höchsten Universitäten in Amerika, die ihre Studenten aussuchen, sollten sie dann die Studenten allein auf Grundlage ihrer Fähigkeiten auswählen. Die Art und Weise, wie man das dann tun würde. Dann würde das bedeuten, gib uns nicht deinen gesamten Namen, sondern nur deine Initialien. Somit sind wir geschlechtsneutral. Zumindest wegen dem Vornamen. Und wir möchten auch nicht deinen Nachnamen kennen, weil sonst, damit wir sowohl der Nationalität, der Rasse, die überneutral sein können. Und der Oberste Gerichtshof hat entschieden, dass es geschlechtsneutral sein muss. Ich weiß jetzt nicht, was wir darüber denken. Wir sagen jetzt einfach mal auf der linken und auf der rechten Seite, wo die Person bei dieser Entscheidung gestanden haben. Auf welcher Seite stehst du bei dieser Entscheidung? Und wenn es denn so etwas gibt, was denkst du, welche Position you have you have put your hands up for that. Und davor noch hebt eure Hände, wenn ihr denkt, dass es allein auf Grundlage der Fähigkeiten sein muss. Put your hands up if you say other things need to be taken into consideration. Und hebt eure Hände, wenn ihr denkt, dass auch noch andere Dinge betrachtet werden müssen. 90% haben gesagt, es sollten auch noch andere Dinge in Betracht gezogen werden und nur 10% meinen, es liegt ganz allein an den Fähigkeiten. Also ganz einfach gesagt, wenn eine weiße Person einen Stern bekommt. That's their high school qualification, an A-star. Also quasi eine 1 plus in ihrem Highschool-A-star. And you get a black person who got B-minus. Und wenn du dann eine schwarze schwarze Person hast, die dann eine 2 minus hat. So that would be like 95% and 75%. Und das wäre wie 95% und 75%. Who should get the position at this top university? Which one? Wer sollte nun den Platz an dieser top Universität bekommen? Sorry, Molly? A-blatts? Okay, so Molly ist the person who got the highest mark. Molly sagt also derjenige, der die besten Noten hat. Anybody else? Because you voted for the black person. That's where your vote went. So the reason I asked that question der Grund, warum ich diese Frage stelle, because when I asked, I'm going to suggest the same question regarding what Marilyn said, in Bezug auf Marilyn, there was more than one person that agreed with her. Da gab es mehr als eine Person, die mit dir übereingestimmt hat. But I think I've asked the same question and those same people are now disagreeing with their own position that they said a few moments before. Aber ich denke, ich habe die gleiche Frage hier gestellt und jetzt tun die meisten mit der vorigen Antwort nicht übereinstimmen. Also wir haben jetzt hier eine Arbeitsstelle, die frei wird. In Timbuktu sollten wir nun den hochqualifizierten Mann einstellen oder die weniger qualifizierte Frau. Wen sollten wir für diese Arbeitsstelle einstellen? Und Ihr sagt, oder einige von euch sagen, natürlich der Mann, denn er ist dafür besser qualifiziert. So before I move on, before I move on, have I misrepresented you, Marilyn? Marilyn, habe ich dich jetzt hier falsch dargestellt? Okay, so you agree that I've fairly represented what you said. Stimmst du damit überein, dass ich dich richtig wiedergegeben habe? Wir haben eine Entscheidung getroffen, einige von uns freiwillig, die anderen wurden dazu gezogen. Etwa vor vier Jahren, einfach gesagt und nicht buchstäblich, die Hälfte der Leiter zu feuern und zu ersetzen und zu ersetzen mit mit besser gut qualifizierte, haben wir gesagt, wir tauschen sie aus und setzen Frauen ein. Und wenn wir dies getan haben, Problem, mit dem du dann konfrontiert bist, und allgemein gesprochen, waren diese Frauen nicht so qualifiziert wie die Männer. Es kommt darauf an, welchen Maßstab du ansetzt. Und einer davon war, du musst ein Hardcore-Bibelstudierender sein, um eine Führungsposition einzunehmen. Das ist eine der Dinge, die wir ja am Freitag besprochen haben. Wenn wir also jetzt den Grundsatz anwenden, dass die bestqualifiziertesten die Position einnehmen sollen, dann hätten diese Männer nicht durch Frauen ersetzt werden sollen. Und das ist deswegen tun die meisten von euch, und wenn wir die Bewegung durch die meisten von euch definieren. Und erst sage ich Glauben daran und dann sage ich Denken. Sie verstehen und das ist nicht richtig. die verstehen die affirmative action. Und affirmative action ist einfach nur Vorurteil. Wir tun die Leute nicht gleich behandeln. Und das war unsere Herangehensweise die letzten Jahre und die meisten von euch haben damit übereingestimmt. Wenn das also nun der Fall ist, sind wir dann nicht gezwungen oder moralisch verpflichtet, sind wir dann moralisch nicht dazu verpflichtet, Frauen in Führungspositionen zu setzen, die nicht besser qualifiziert sind. Und nicht Männer auswählen, die besser qualifiziert sind. Denn damit habt ihr übereingestimmt, wenn wir über eine Rassethematik gesprochen haben. Und wenn ihr euch erinnert an diesen Gerichtsfall, falls ihr ihn betrachtet habt, wer hat denn diesen Fall gegen die Universitäten aufgebracht? Es waren nicht nur Weiße, es waren Asiaten. Und deswegen sage ich nicht, dass sie es absichtlich tun, aber sie versuchen, diese Rassethematik zu neutralisieren. Aber das hat einfach nur die Leute verwirrt hereingelegt. Denn es ist und war immer eine Rassethematik. etwas anders in Amerika über black people und asian people. Denn es war immer schon ein Unterschied in Amerika, ob es um Schwarze geht oder um Asiaten. Was ist denn die Argumentation des rechten Flügels gerade bei dieser Thematik schwarz und asiatisch? Gleichberechtigung. Welcher Verfassungszusatz war die Wahlberechtigung der Schwarzen? Der 13. Verfassungszusatz. Also wie sie sagen, die Rassethematik oder diese Thematik der Schwarzen oder die Sklaventhematik wurde schon vor 200 Jahren gelöst. Und sie hatten 200 Jahre um etwas zu tun. Wer sind sie und was halten sie in diesen 200 Jahren tun sollen? Wer sind sie? Nicht die Institution. schwarzen haben 200 Jahre gehabt um ihr Leben auf die Reihe zu bekommen. Und die Schwarzen sagen lachend so die schwarzen sagen du machst Witze. Du hast zwar die Sklaverei genommen mit einem Hammer aber habt den Daumen auf uns gedrückt. Brendan hat Jim Crow angeführt und ich hoffe die meisten wissen worüber er spricht. Und ich sage nur er hat die Sklaverei legalisiert oder zumindest die Unterdrückung. You said Jim Crow anything else? Du hast Jim Crow gesagt noch etwas? Okay so I'll leave it just at that and they say just taking away slavery does not fix the problem. Sie sagen nur die Sklaverei abzuschaffen löst noch nicht das Problem. Today there's an argument happening in various states across America and people on both sides don't agree and people on both sides stimmen not not one one So Florida is not the only place it's happening but a lot of news seems to come out of there maybe it's because of the way the governor or the government they're in charge the language that they use perhaps it's that I don't know and in Florida and it's not in Florida where that comes on So they will say we have to get rid of these children's books not because they lie not because they lie why what's the reason that they give that they have to get rid of these books because the books are prejudiced against black people because these books are prejudiced against black people because you want to correct yourself like giving a black perspective of historical events So Ray gave an answer that I'm not going to repeat because that's not the answer I'm going to say that's not the answer I want but that's not I don't like saying it that way I don't answer from Ray just um not It's something more elemental than that someone said a word and I didn't know who said it someone said a word and I didn't know who said it someone said children feel bad weil es dann individuelle einzelne Menschen also schlecht fühlen es gibt und wen spricht es an die weißen Kinder und ihr Argument ist folgende ja es war ja nicht ich das waren meine Groß Groß Eltern so I don't know what you think about reparations und ich weiß nicht was ihr über die reparationen denkt und wenn ich es so nennen kann über die Generationen Sünde oder Generationen übergreifende Sünde Leute auf der rechten Seite sagen wir müssen über die einzelnen Personen sprechen und auf der anderen Seite wenn wir dann die Aussage von Schwarzen betrachten die sagen es ist dein Ernst wir sind kein richtiges Land ja welches Argument haben sie welche thematik bringen sie auf und was ist ihre vor es geht hier nicht um den Individualismus sondern um es geht um die Gruppe so I won't ask I tell you the word I looking for is institution ich sage euch es geht es um das Wort institution sie zeigen auf eine Person und dann sagen sie beispielsweise du bist weiß bist du rassist brendan is going to say no I don't have a drop of racist blood in me und er wird sagen nein ich habe keinen einzigen tropfen rassistisches Blut in mir dann pieksen wir seinen Finger und überprüfen das und ah wunderbar er spricht die Wahrheit aber warum fühle ich mich immer noch schlecht wenn ich jetzt zu Graham gehen würde und ihm die gleiche Frage stelle dann würde er auch die gleiche Antwort geben ihr alle würdet doch das gleich sagen ihr sagt nein ich bin nicht rassistisch dir gegenüber und ich sage okay ich glaube ich aber ich fühle dennoch etwas und dann sagen sie dann sagt ihr alle naja ich bin es nicht also muss es wohl an dir lieben und dann ich bin nicht in in die top universität angenommen werden und dann sagt die naja es ist deine schuld und was ist nun mein argument katherine so katherine katherine said the system or the institution is set up against me and and my response is and my response is who set up the system katherine wer hat denn das system aufgebaut it's not you wer wenn nicht du okay so we understand the dilemma wir verstehen jetzt also das dilemma und es gibt also keinen grund zu sagen ich bin nicht rassistisch oder sexistisch ob du bist oder nicht ist meistens irrelevant wenn ich also jetzt zur bank oder zum supermarkt und dort mit einem rassistischen angestellten interagiere er mag mich nicht wegen meiner Farbe oder meinem Geschlecht mir egal denn was müssen sie denn tun wenn ich an der Kasse stehe was müssen sie tun sie müssen nicht bedienen ganz egal was ihre ideologie und ihre gedanken sind das ist der Unterschied zwischen dem institutionellen sexismus oder dem individuellen sexismus oder rassismus so i'll give you an opportunity to respond marilyn in a second ich hab euch ich hab dir jetzt die möglichkeit gegeben zu antworten marilyn so marilyn if we had a vote now when we said is marilyn racist or sexist wenn wir jetzt eine abstimmung darüber hätten zu sagen ist marilyn jetzt rassistisch beziehungsweise sexistisch you're gonna say no dann würdet ihr alle nein sagen i've been to her house 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 and there's no everything like that kenne sie seit jahrzehnten und es gibt keinen hinweis darauf but that's the wrong question das das ist aber die falsche frage die eigentliche frage ist ist diese bewegung sexistisch oder rassistisch nämlich auf institutioneller ebene und ich denke das ist die Frage die wirklich gestellt werden sollte so when she said a statement and i jokingly said it sounds sexist to people und als sie also antwort gab und ich dann witziger weise sagte hier das hört sich doch sexistisch an ich habe das dann also abgetan weil mein Fokus auf der institution liegt und nicht auf den individuen gibt es noch fragen es sind die individuen die dann die institution ausmachen lasst mich diesen Punkt ansprechen heute morgen hat jemand gesagt ich glaube das nicht aber ich sage es jetzt mal um dieses problem um und die meisten mögen jetzt nicht diese rassistische karte deswegen sage ich sexistisch got voted da wäre ich nicht gewählt werden worden so to stop you doing something wrong with your sexism euch von etwas falschem abzuhalten how did I get my job wie würde ich denn hier wie kam ich denn zu meinem meine aufgabe zu meinem job ja gott gab gab sie mir so i bypassed the problem somit bin ich das problem umgang and now what people want to do und was leute jetzt tun wollen is take over whose job wessen job wollen sie jetzt übernehmen sie wollen gott sein sie wollen die macht ausüben ich habe euch gesagt ich glaube das nicht aber ich wollte euch aufzeigen dass wenn wir anfangen damit zu spielen und über die institutionen sprechen dann möchten wir alle gott spielen die 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 bibel sagt ja dass gott derjenige ist der die regierenden einsetzt und feuert und die republik sagt nein so ist das nicht über welche republik du auch immer sprechen möchtest josephine josephine i was going to say that the people that around institutions are set up by a group of people and those people have to agree in order for that to become so josephine has said the same argument that marilyn said a few moments ago also josephine bringt ja das gleiche argument auf wie marilyn vor einem moment die institutionen sind ja durch menschen durch individuen aufgebaut und deswegen werden sie durch diese gruppe von individuen geformt i don't know if we all agree with that does anybody disagree with that stimmen wir damit über ein gibt es jemand der damit nicht übereinstimmt james you disagree with that james du stimfst nicht übereinst du bist ja nicht sicher when you decide let me know no one disagrees so i said you got these bad institutions ich habe also gesagt wir haben hier diese schlechten und wir hören auf die individuen zu betrachten und in der diskussion wie wir sie hatten bedeutet das dass es eigentlich egal ist ob maryland jetzt sexistisch ist oder nicht was wichtig ist wichtiger ist die frage zu betrachten ob die die institution oder also hier die das ministry sexistisch ist und maryland und josephine sagen übrigens maryland ist doch teil des ministries und das baut sich ja auf individuen auf so if the individuals are sexist therefore the ministry will be sexist wenn wenn das wenn die individuen sexistisch sind dann ist das die institution sexistisch und meine frage war wie viele von euch stimmen diesem gedankengang überein so you agree with it okay so graham disagrees with that graham er stimmt damit nicht überein so several people now disagreeing with that jetzt sagen einige dass sie damit nicht übereinstimmen josephine was referring to outside institutions josephine hat sich auf andere institutionen bezogen und was ist jetzt der unterschied zwischen ihnen und uns was ist der unterschied wir unsere prinzipien basieren auf dem wort gottes und das problem ist die mit glieder sind rassistisch oder sexistisch das ist kein gesetz oder prinzip gottes also gibt es da ja eigentlich keinen unterschied um es einfach zu sagen wenn wir an die gleichnishafte methode glauben dann können wir nicht sagen dass die universitäten auf anderen prinzipien basieren als wir sie müssen auf der gleichen linie agieren fungiert eine schafherde oder ein schafbauer mit den gleichen prinzipien wie die bewegung ja oder nein das sollte jetzt keine fachfrage sein sondern eine biblische wenn du also damit übereinstimmst dass eine Schäferei oder ein Schafhof auf dem gleichen prinzipien agiert warum dann nicht die universität ist das verständnis verständlich hat sonst noch jemand einen kommentar ich gebe Aussage dazu ich glaube nicht dass du vom individuum auf die institution schließen kannst es ist verlockend ein verlockender schiefst schiefst doesn't stop that from occurring. So the movement puts into place policies the movement introduces policies or laws that will say we are going to put women into leadership position. Sie sagen wir werden Frauen in Führungspositionen einsetzen. And we're going to do that whether or not the membership like it or not. Und wir werden das tun ganz egal ob die Mitglieder das mögen oder nicht. And is that good or bad? Ist das jetzt gut oder schlecht? So some people are saying it's good. Einige sagen das ist gut. And I guess I don't know if some people are saying it's bad. Ich weiß jetzt nicht ob jemand sagt das ist schlecht. So is it good to have unelected officials ist das gut nicht gewählte offizielle zu haben? Is it good to have unelected officials who basically run the government run institutions die dann die institution leiten? Josephine said no. Anyone else? Josephine sagt nein. Ist das noch jemand? Yes. Why is Brendan saying yes and you're saying no Josephine? Warum sagt Brendan ja und du nein? Go ahead. Well, in a way yes and no together. Can't have yes or no unless you explain why yes and why no. go ahead. I don't understand your answer. Okay, let me give an example. Between us, we come from, I'm just going to say the UK, Australia and New Zealand. and I'm pretty sure all three countries have what you may have a different term, it's called the civil service and I'm pretty sure that it in every country has the government in the service in the background who are the machinery that runs the institutions and that are the people who are the institutions running and what is one of the things that I'm going to say all three countries insist upon and what is that what all three länder when it comes to the civil service when it here um diesen öffentlichen dienst geht you can't vote those people in man kann diese personen nicht wählen race said they're apolitical which means they're not voted in based upon their politics and race sagt sie sind apolitisch was bedeutet sie sind nicht auf Grundlage ihrer politik gewählt oder politischen Ansicht und ich möchte uns daran erinnern which I think has been really clear over the last eight years particularly und ich denke das wurde in den besonders die letzten acht Jahre deutlich dass die stärke der demokratien von wo kommen ich gebe euch eine Auswahl die gewählten politiker innen oder von den institutionen worin liegt die kraft und die macht der demokratie von den institutionen und ich glaube nicht dass ich hier jetzt die daten manipuliere wenn ich sage dass der öffentliche dienst die institution ist und dass die gewählten politiker in die die dieser schwachpunkt in der demokratie sind und das einzige war wo wir sagen dass ein land kollabiert ich habe ich gesagt das letzte ist besonders wenn wir sagen dass jemand durch das Volk gewählt wurde muss die Institution dann angreifen oder zerstören welche ja nicht gewählt wurde und dennoch in diesen aktuellen Diskussionen innerhalb der Bewegung ich sage nicht jeder aber ich sage Mitglieder oder es gab diskussionen diskussionen die unsere radikal feministischen fähigkeiten hinterfragen und zwar geht es um diesen Ausfall prozess der prozess der führungsposition und wie wie eine ich werde jetzt etwas auf eine art und weise sagen und ich hoffe dass ich nicht missverstanden werde besonders in den Exkolonien des Vereinigten Königreichs und ich denke es ist immer noch Realität in dem Vereinigten Königreich und so denke ich dass es auch in Australien und Neuseeland so ist nicht die höchstbezahltesten arbeiten aber was ist denn wirklich eine gute Arbeitsstelle vor allem wenn du zu einer Top-Universität gegangen bist wir haben bereits vor einer Minute die Antwort gegeben wenn du eine Arbeitsstelle beim öffentlichen Dienst bekommst denn das ist ein Arbeitsplatz es ist eine Arbeitsstelle auf Lebzeit das wissen sie alle wenn du einmal im öffentlichen Dienst bist dann kannst du nicht ausgeschmissen werden die einzigen die dich rausschmeißen können sind die die Politiker aber sie wagen das nicht zu tun denn das würde ja partizanisch aussehen also sind sie unantastbar also es würde parteiisch aussehen Daniel als Daniel erlaubt würde seine Arbeit zu verrichten also als die Regierung dann gewechselt ist der Politiker also der Politiker was geschah als Belshazzar als Belshazzar dann regent wurde er wird gewählt wir wissen dass er eine Monarchie wir wissen dass er eine Monarchie und was geschieht und was geschieht dann passiert es dass die Regierung oder die ja die Regierung kollabiert ich wollte diese Idee nun hier einführen auf Grundlage der Konversation am Freitag ob Individuen sexistisch sind oder nicht unsere oder eure individuellen Wünsche Gott zu spielen ich weiß das hört sich so schrecklich an wenn man es so die Worte gewählt werden aber das ist ja was Gott möchte dass wir tun Gott sagt als Eltern sollt ihr Gott für eure Kinder sein also ist das keine seltsame Idee und ich habe versucht die Probleme die dabei aufkommen zu erklären und ich habe über eine also ich habe erst Institution genannt den Begriff habe ich von Postelgeschichte 27 gewählt von ältester Tess Studium dann habe ich dies in den öffentlichen Dienst umgewandelt ich habe aufgezeigt dass dies eine nicht gewählte Position ist ich habe argumentiert dass das dass dieser ungewählte Position die ist die die Demokratie stärkt oder stark macht so you need to go back and double check that in your own thinking the logic of that whether you actually agree or disagree in euren eigenen Studium oder Gedanken müsst ihr jetzt mal nochmal zurückgehen und überprüfen ob das so korrekt ist and if you come to the place where you disagree with that wenn du zu dem Punkt kommst dass du damit nicht übereinstimmst dann steckst du fest denn ich habe vor einer Minute die Hilfe bekommen we say the coup d'etat of all of that was what die coup d'etat ist dann von all dem because we're radical wir sind ja radikal we're told back to go to where was wurde uns gesagt wohin müssen wir zurück zurückgehen we had to go back to daniel wir gehen zurück zu daniel and elder test sorry elder terry didn't even describe who daniel is in application and all the logic that goes with that und ältester terry hat gar nicht erklärt wer in diesem gleichnis daniel darstellt und alles was damit einhergeht so now if you want to argue against today's study wenn du jetzt gegen das heutige studium argumentieren möchtest you're not fighting against me or what elder terry said you have to look at the book of daniel now dann argumentierst du nicht gegen mich oder das was älteste terry gesagt hast sondern du musst zurückgehen zum buch daniel maybe in your previous study you haven't looked at daniel and the king in those terms vielleicht hast du in deinen vergangenen studien nicht daniel betrachtet in verbindung mit den königen also nebukadnezar und daniel the civil servant and the president also dieser diener des öffentlichen dienstes und der institution and the one that runs things oder der beamte und ähm derjenige also oder die institution und derjenige der der regent ist und ich denke viele von uns weil du uns zurück weil du uns zurück weil der älteste terry uns zurück zu den wurzeln gebracht hat dann haben die meisten von uns gesagt ja das macht Sinn das ist logisch das noch fragen bevor wir abschließen okay if not then today's study in summary has added another piece of another piece to the puzzle in in zusammenfassung des heutigen studiums das heutige studium hat noch ein weiteres puzzleteil hinzugefügt to answer the question whether or not this is a radical feminist movement um die frage zu beantworten ob es sich hier um eine radikale bewegung handelt oder nicht und damit einhergehend wie die struktur aussieht und damit einhergehend wie der ausfallprozess aussieht leute in führungspositionen zu setzen und es ist folgender Punkt den ich sagen möchte was lässt Demokratien funktionieren ist nicht Teil der Wahl sondern es ist dieser nicht gewählte Teil der Demokratien stärken lässt und dann deine Regierung mag nicht genau gleich sein wie die australische weil wir multitasken und sie nicht wenn du in der legislativen bist dann kannst du nicht gleichzeitig im exekutiven sein aber priester haben ja verschiedene rolle da wurden wir offline daran erinnert priester sind priester different roles for priests what do they do was machen priester welche verschiedenen rolle nehmen sie lehren they intercede they judge sie vermitteln sie richten anything else they administrate is that what you said they're administrators and who runs the government and who runs the government priest they run the economy so they do everything they do do in one person in one person and all we've done now and all what we have done now is taken say it's four job functions and we split Und was wir gerade getan haben, ist, dass wir vier Jobfunktionen genannt haben und sie dann in vier Personen aufgeteilt haben, damit sie keinen Interessenkonflikt haben. Ist das jetzt eine Stärke oder eine Schwäche? Jemand sagt Stärke. Das Problem ist, Richter haben eine politische Ansicht und sie lesen das Gesetz in einer speziellen Art und Weise. Und auch wenn es beschützend aussieht, in Wirklichkeit ist es das nicht wirklich. Wenn du also diese Jobfunktion, diesen Tätigkeitsbereich hast, wenn du ein guter Priester bist, kennen wir gute Priester? Samuel, ich sag Jesus. Multitasking, also alles in einer Position. Also ich nehme jetzt Jesus. Vielleicht sollten wir diesem Modell folgen. Hold on, I think we are, aren't we? Wartet mal, machen wir das nicht? Eine Person macht alles. Nicht buchstäblich einer, aber Personen, die eben multitasken, die mehrere Dinge geklärt haben. Wenn es keine Fragen mehr gibt, beenden wir mit Gebet. Es gibt keine Fragen, alle knien sich bereit sind. Lasst uns beten. Lieber Herr, wir danken dir. Wenn wir eine, die Demokratie näher betrachten. Wenn wir erneut Apostelgeschichte 27 anschauen. Und wenn wir die Arbeitsstelle des Präsidenten besprochen haben. Da hast du es die Institution genannt. Und wenn wir den Präsidenten selbst anschauen. Die Person. Dann danken wir dir, dass wir zurück zu unseren Wurzeln gehen können. Und dann verstehen können, was es bedeutet, wenn die Institutionen verfallen. So wie es in Apostelgeschichte 27 vorhergesagt wurde. Und noch mehr als das, heiliger Gott. Möge es unser individuelles als auch unser gemeinsames Gebet sein. Dass du uns zeigst, was das bedeutet. Wenn es nun auf unsere Organisation angewendet wird. In Jesus' Namen. Amen. In Jesu Namen. Amen. Ich möchte euch herzlich danken. Und wir haben heute noch eine weitere Präsentation haben. Und das wird in drei und ein halb Stunden sein. In dreieinhalb Stunden. Thank you. God bless. Danke. Gottes Segen. Amen.